Ja, meine Damen und Herren, jetzt hoffe ich, Sie waren wirklich gespannt auf dieses neue Video, wo ich Ihnen verrate, wie Sie Stabilitätskriterien und Stabilitätsaussagen für homogene lineare Differenzialgleichungen oder Differenzialgleichungssysteme herbekommen, ohne das charakteristische Polynom lösen zu müssen. Dann sparen Sie sich ja wirklich viel Arbeit, wenn es nämlich so ein Polynom ist, wie wir das gesehen haben, mit ein bisschen zu vierten Potenzen oder, das werden wir beim Laval-Rotor sehen, da geht es noch weiter, da geht es bis zu sechsten Potenzen. Dann haben Sie ja keine Chance, irgendwas analytisch zu lösen und trotzdem können Sie noch solche Stabilitätskriterien herleiten. Nun ist die Frage überhaupt, was ist Stabilität genau? Was verstehe ich darunter? Was möchte ich da ausrechnen? Und das erläutere ich Ihnen jetzt mit einer Definition. Das ist die klassische Stabilitätsdefinition von Lyapunov für ein dynamisches System. Ein dynamisches System betrachten wir also als eine Differenzialgleichung erster Ordnung. Also mit der ersten Ableitung auf der linken Seite und auf der rechten Seite steht die Funktion f selbst hier. Man sagt dazu auch, das ist eine explizite Differenzialgleichung, weil das x-Punkt nicht in der Funktion f drin steht. Und es ist in dem Fall eine sogenannte Differenzialgleichung, die nicht autonom ist, wo die Zeit t hier noch als Argument auftritt. Aber das ist für unseren Fall ja gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, was heißt jetzt Stabilität? Sie wollen ja diese Differenzialgleichung normalerweise lösen. Wenn es um das Stabilitätsverhalten geht, ist es aber gar nicht so sehr die quantitative Lösung von Interesse, sondern das Lösungsverhalten, also das qualitative Verhalten der Lösung oder das qualitative Aussehen dieser Lösung ist von Interesse. Eine Lösung dieser Differenzialgleichung ist eine Lösung eines Anfangswertproblems. Das heißt, diese Differenzialgleichung, wie sie dasteht, kann ich so erstmal gar nicht eindeutig lösen, wenn ich nicht noch die Anfangswerte kenne. Nun können aber durchaus Lösungen zu verschiedenen Anfangswerten berechnet werden. So etwas nennt man eine Trajektorie. Man startet also mit einer Anfangsbedingung und rechnet sich dann die Lösung aus. Und dann startet man mit einer anderen Anfangsbedingung. Dann rechnet man sich eine andere Lösung aus. Und diese Lösungen, diese Verläufe, die man sich da ausrechnet, die nennt man Trajektorien. Jetzt ist die Frage, was machen diese Trajektorien, wenn ich die Anfangsbedingungen sehr dicht beieinander wähle? Laufen die dann auseinander oder bleiben die noch relativ dicht beieinander? Und dieses Phänomen, das hat Lyapunov in eine mathematische Formulierung übersetzt und die schreibe ich Ihnen hier an. Also eine Lösung x0 von t heißt Lyapunov stabil, auch kurz nur stabil genannt, wenn man den Lyapunov da nicht erwähnen möchte. Wenn es für jedes y größer 0, wir müssen uns überlegen, diese Lösung x0 von t, zu der gehören ja Anfangsbedingungen. Wenn Sie da mal hier hinten hinschauen, dann sehen Sie die schon. Das sind die Anfangsbedingungen x0 zur Zeit t gleich 0. Da wollen wir unsere Anfangsbedingungen setzen. Und wenn es jetzt für jedes y größer 0 ein Delta größer 0 gibt, sodass alle Trajektorien, die innerhalb dieser Delta-Umgebung, also mit einem Abstand am Anfang loslaufen, am Anfang starten, der kleiner ist als Delta, sodass sie zu jedem Zeitpunkt in einer Umgebung bleiben, die kleiner ist als y. Wie können Sie sich das vorstellen? Stellen Sie sich diese Trajektorien wie so einen Schlauch vor. Dann haben Sie einen Schlauch und dieser Schlauch ist diese Epsilon-Umgebung. Und wenn Stabilität vorliegt, dann haben Sie am Anfang vielleicht einen kleinen Kreis. Stellen Sie sich das hier als einen Kreis. Also wenn Sie den Schlauch ja durchschneiden, dann haben Sie einen kleinen Kreis. Und dieser Kreis, der sitzt in dem Schlauch, nämlich das ist ein Kreis mit dem Durchmesser Delta. Da starten Sie mit diesen Anfangsbedingungen, starten Sie. Und dann können Sie sicher sein, alle Trajektorien, die am Anfang in diesem Delta-Kreischen starten, die bleiben in diesem Epsilon-Schlauch und verlassen ihn nie. Für alle Zeiten, t größer gleich 0, also nie. Oder, um das ein bisschen salopper dann zu sagen, eine hinreichend kleine Störung am Anfang, nämlich die in diesem Delta-Kreis liegt, die bleibt stets klein, nämlich sie bleibt stets in diesem Epsilon-Schlauch und verlässt ihn nicht. Das ist also mathematisch etwas formaler ausgedrückt. Das, was wir langläufig sagen würden, eine hinreichend kleine Störung bleibt stets klein. Vielleicht noch diese Striche hier, die kennen Sie, das sind, glaube ich, bekannt. Das ist die euklidische Norm, die wir hier verwenden, weil wir ja mit Vektoren x arbeiten. Okay, jetzt gibt es nicht nur Stabilität, sondern es gibt auch noch attraktive Dinge im Leben. Und dazu gehören attraktive Lösungen. Also auch für die Mathematiker gibt es attraktive Dinge. Das sind attraktive Lösungen. Wann ist eine Lösung attraktiv? Das eine ist, also wie eine Delta größer 0. Wir starten wieder in unserem Kreis. Das kann jetzt natürlich ein anderes Delta zum Beispiel sein als da oben. Starten wir innerhalb dieser Delta-Umgebung. Und wenn wir jetzt nicht nur lang genug warten, sondern sehr, sehr lange warten, nämlich asymptotisch warten, dann kehrt diese Lösung auf diese Referenztrajektorie x0 von t zurück und unterscheidet sich überhaupt nicht mehr, die Differenz geht gegen 0. Das ist also jetzt noch etwas Zusätzliches neben der Stabilität. Eine Referenzlösung x0 kann stabil sein. Das heißt, die entfernen sich nicht, aber vielleicht bleiben die immer im gleichen Abstand oder gehen ein bisschen auf Distanz zu dieser Referenzlösung, kommen die also jedenfalls nicht sehr nahe, jedenfalls nicht asymptotisch nahe. Und dann kann diese Lösung auch noch attraktiv sein. Das heißt, die anderen Lösungen laufen dort hinein. Und mit diesen beiden Begriffen Stabilität, Japunov-Stabilität und Attraktivität wird jetzt der Begriff asymptotische Stabilität definiert. Das ist eine Lösung, die stabil ist. Also schön in diesem Epsilon-Szlauch bleiben die ganzen Lösungen, die einmal in der Delta-Umgebung starten. Und dann, wenn Sie dann nur lange genug warten, t gegen unendlich, dann laufen Sie auch noch in diese Referenzlösung rein. Und so etwas nennt man dann asymptotisch Stabilis, also mehr als Stabilität. Neutralstabil wäre dann zwar Stabilität, aber nicht asymptotische Stabilität. Und das Letzte wäre das Gegenteil von Stabilität, Instabilität. Dann muss also mindestens eine Lösung existieren aus jedem Delta, egal, was Sie für ein Delta wählen, da muss immer ein Quertreiber drin sein, der aus diesem Epsilon rausfällt. Und Sie finden kein Epsilon größer 0, also Sie geben dieses Epsilon größer 0 vor, und Sie finden kein Delta, keine Umgebung, wo nicht ein so ein Quertreiber drin sitzt, der Ihnen über das Epsilon hinaus schießt. Und Sie sagen, tschüss, Referenzlösung, ich entferne mich. Das wäre dann Instabilität. Damit haben wir schon mal die Begriffe ein bisschen klar gezogen. Und jetzt ist die Frage, woran erkennen wir Stabilität bzw. Instabilität? Und an der Stelle kommt jetzt das Eigenwertproblem ins Spiel. An der Stelle kommen die Eigenwerte und vor allen Dingen die Realteile der Eigenwerte ins Spiel. Denn das war schon die Überlegung von Lyapunov. Der hat nicht nur diese Definition eingeführt, sondern er hat sie natürlich auch gleich verwendet und angewandt. Er hat sich gesagt, das Erste, was vielleicht auch intuitiv so klar ist, wenn die Realteile aller Wurzeln des charakteristischen Polynoms negativ sind, dann wissen wir ja, die allgemeine Lösung der homogenen Differenzialgleichung setzt sich zusammen und das war ja nichts anderes hier als ein x-Punkt gleich f und so weiter. Die setzt sich zusammen aus den Summanden, also aller Lösungen, die wir bilden mit den Wurzeln des charakteristischen Polynoms. Und wenn die Realteile dieser Wurzeln des charakteristischen Polynoms alle negativ sind, dann klingen die wegen der Exponentialfunktion exponentiell schnell ab. Der Imaginärteil, der sorgt nur für dieses Schwingungsverhalten. Der sorgt nur, dass sozusagen im Phasenraum die Lösung schön da irgendwie herum schwingt und sich praktisch entsprechend, man könnte sagen, dreht, auf einer Kreisbahn bewegt. Aber der Realteil, der Realteil sorgt dafür, dass die Lösung entweder exponentiell schnell abklingt, negativ, oder bei positivem Realteil dann natürlich exponentiell schnell aufklingt. Wenn die alle wirklich negativ sind, dann klingt die Lösung exponentiell schnell ab und was wir hiermit meinen, sind dann praktisch bei uns die Störungen, Delta X und Delta Y, die würden exponentiell schnell abklingen und damit hätten wir diese asymptotische Stabilität bezüglich der Referenzlösung und die Referenzlösung wäre bei uns die Gleichgewichtslage. Jetzt wird diese Eigenschaft aber schon sehr, sehr schnell zerstört, nämlich es reicht uns aus, dass eine einzige Wurzel, weil wir ja alle Lösungsanteile in der allgemeinen Lösung drin haben, dass eine einzige Wurzel des charakteristischen Polynoms einen positiven Realteil hat. Dann ist es schon vorbei, dann haben Sie schon Instabilität. Dann bleibt jetzt also nur noch der Fall übrig, dass zwar nicht alle negativ sind, aber auch nicht eine einzige positiv ist. Wenn Sie sagen, gibt es da noch einen Fall? Ja, den gibt es. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, Stabilitätsgrenze, dass der Realteil eines charakteristischen Polynoms weder negativ noch positiv ist, sondern er verschwindet. Also wenn kein Realteil zwar positiv ist, dann würden wir ja erst mal aufatmen und sagen, aber doch haben wir doch fast Stabilität, aber wir haben einen Realteil mit mindestens einer Wurzel 0, also mindestens einer von diesen Realteilen besitzt eine Wurzel 0, dann ist schon asymptotische Stabilität ausgeschlossen. Denn diese Lösung, die zu dieser Wurzel gehört, mit verschwindendem Realteil, besitzt ja nur einen Imaginärteil, ist also eine rein imaginäre Lösung. Und dieser Imaginärteil mit der eulerischen Formel, den übersetzen Sie in einer Exponentialfunktion in Cosinus- und Sinus-Therme, das heißt in klassische freie Schwingungen, ungedämpfte Schwingungen in dem Fall. Und dann wüssten Sie, dass diese ungedämpften Schwingungen anhalten, nicht nur bis ans Ende aller Tage, sondern für alle Ewigkeit, für t gegen unendlich. Ganz irre. Aber wir haben ja zum Glück immer ein bisschen Dämpfung im Spiel, als Ingenieur. Also, der Fall tritt bei uns meistens so nicht auf oder nur rein rechnerisch auf, ist aber praktisch nicht von Interesse. Aber das wäre genau der Fall. Sie haben einen rein imaginären Eigenwert und dann kreiselt er immer in Gebühren der Entfernung um die Referenzlösung, erreicht sie aber nie, vor allem nicht bei t gegen unendlich. Und deswegen keine asymptotische Stabilität, weil die Attraktivität nicht mehr gegeben ist. Die Lösung hat also schon, Referenzlösung, der Gleichgewichtszulstand, hat also schon seine Attraktivität verloren. Ja, und jetzt komme ich zu unserer Frage zurück, die war nämlich, eigentlich, wenn ich das hier verwende, dann muss ich ja die Wurzeln des charakteristischen Polynoms finden. Ich muss sie also lösen, oder ich muss es lösen, das charakteristische Polynom, und ich muss alle Lösungen des charakteristischen Polynoms bestimmen. Und das möchte ich nicht. Das ist mir zu viel Arbeitsaufwand. Jetzt ist die Frage, kann ich nicht Stabilitätsaussagen bereits aus den Koeffizienten des charakteristischen Polynoms gewinnen? Und dazu kommen wir jetzt zu einer neuen Fragestellung und die wurde dann behandelt von Hurwitz. Und in der englischen Literatur wird da auch gern Root herangezogen und dann heißt es das Root-Hurwitz-Kriterium. Was hat Hurwitz gesagt? Also wir stellen das charakteristische Polynom in einer ganz besonderen Weise auf, dass nämlich der Koeffizient vor der höchsten Potenz positiv ist. Wenn wir dann einen Negativen haben, dann müssen Sie das Polynom nochmal mit minus 1 durchmultiplizieren. Dann haben wir also schon mal hier klare Verhältnisse geschaffen. Dann hat er gesagt, der Realteil aller Wurzeln ist negativ. Daraus folgt, alle Koeffizienten des charakteristischen Polynoms sind positiv. Das heißt, wenn Sie einen einzigen Koeffizienten finden, der negativ ist, wenn Sie das so durchmultipliziert haben, dass der a n positiv ist, auf den müssen Sie nicht mehr achten. Aber wenn Sie da einen Kandidaten dabei haben und der ist negativ, dann können die Realteile aller Wurzeln nicht mehr negativ sein. Denn daraus folgt ja, dass alle Koeffizienten des charakteristischen Polynoms positiv wären. Und Sie haben aber einen gefunden, der ist negativ. Dann geht das nicht mehr. Dann ist also schon asymptotische Stabilität vorbei, ist schon mal ausgeschlossen. Also haben Sie ein Koeffizienten des charakteristischen Polynoms, der kleiner oder gleich 0 ist, also nicht positiv ist, dann dürfen nicht alle Wurzeln, alle Realteile der Wurzeln negativ sein. Sonst wäre, ja hier nach dem Horowitz-Kriterium, wären dann alle Koeffizienten positiv. Und das wäre ein Widerspruch zu dem, was Sie hier gefunden haben. Und wenn aber nicht mehr alle Wurzeln negativ sind, dann muss wenigstens eine Wurzel entweder Realteil 0 haben oder sogar noch schlimmer positiven Realteil haben. Und das heißt, asymptotische Stabilität ist jetzt schon mal ausgeschlossen. Na gut. Dann ist zwar asymptotische Stabilität ausgeschlossen, aber was mich eher interessiert, ist jetzt nicht eine Bedingung, die nur in diese eine Richtung weist, sondern was mich interessiert, ist eine hinreichend und notwendige Bedingung. Also wozu ist denn die Aussage, alle Realteile aller Wurzeln negativ äquivalent, was muss ich denn überprüfen? Und auch diese Frage hat Horowitz dann als zweite Frage beantwortet. Er hat gesagt, die Realteile aller Wurzeln sind negativ, genau dann, wenn die positiven Hauptminoren hk der Horowitz-Matrix, wenn die alle positiv sind. Jetzt müssen wir das erstmal verstehen. Da stecken jetzt zwei Begriffe drin, über die sich vielleicht stolpern werden. Das eine ist, was ist denn ein Hauptminor und was ist die Horowitz-Matrix? Fange ich mal an mit der Horowitz-Matrix. Ihr Polynom hat höchsten Potenz n. Die Horowitz-Matrix soll n kreuz n groß sein. Wie ist die aufgebaut? Da schauen wir uns mal die einzelnen Zeilen an. Die ist also so aufgebaut, dass ich in der ersten Zeile mit dem zweithöchsten Koeffizienten beginne und dann immer eine überspringe und dann abwärts zähle, bis ich nicht mehr weiterkomme. Die zweite Zeile, die ist genauso aufgebaut, nur dass ich mit dem Koeffizienten a n beginne und dann immer zwei abzähle. Die gehören also so pärchenweise zusammen, diese beiden Zeilen. Wenn ich mit diesen ersten beiden Zeilen durch bin, die also aufgeschrieben haben, ich fülle die am Schluss mit Nullen auf und zwar fülle ich die so lange mit Nullen auf, bis ich insgesamt n Einträge, Groß-N-Einträge habe. Groß-N, gesagt, gehört zur höchsten Potenz. Bei uns wäre also Groß-N gleich 4. Das heißt, wir haben vier Spalten in unserer Horvitz-Matrix, wenn ich das also aufgefüllt habe. Bei 4 wäre das A3, A1, Feierabend, zwei Nullen hinterher geschoben und hier, da habe ich gesagt, A3 und A1, genau, und in der zweiten Zeile wäre das A4, A2 und A0 und noch eine Null hinterher geschoben. Dann schreibe ich die ganzen Zeilen nochmal auf und schiebe das Ganze um 1 weiter. Also schreibe hier zwei Nullen am Anfang hin und beginne dann wieder mit N-1, mein gleiches Schema, also kopiere praktisch den Rest aus der ersten Zeile. Die eine Null fällt natürlich dann raus, weil die haben wir ja am Anfang und hier kopiere ich das Gleiche ebenfalls. Da hätte ich also in der insgesamt vierten Zeile zu stehen, 0, A4, da kopiere ich ja hier in der vierten Zeile die zweite Zeile, A2, und A0 und dann stelle ich fest, ich habe schon erstmal vier Zeilen geschrieben und auch bin ich schon mit dem A0 am Ende angekommen. Dann ist Schluss mit dieser Horwitz-Matrix. Also wir merken uns, die Horwitz-Matrix entsteht aus den Koeffizienten des charakteristischen Polynoms, indem sie ganz systematisch aufgeschrieben wird. Sie hat N-Einträge, N ist der Polynomgrad, bei uns vier. Wir beginnen mit N-1, also A N-1, dem zweithöchsten Koeffizienten und gehen dann immer eins überspringend weiter, füllen den Rest mit Nullen auf und in der zweiten Zeile beginnen wir mit dem höchsten Koeffizienten und gehen dann auch immer eins überspringend weiter mit den Koeffizienten und füllen den Rest wieder mit Nullen auf und dann versetzen wir diese beiden Zeilen und fügen sie wieder um. Sozusagen eine Spalte versetzt, die wir mit Nullen auch füllen, an. Und das machen wir so lange, bis wir mit dem A0 ganz am Ende, also in der Endenspalte angekommen sind. Muss man sich einfach mal hinschreiben. Ich werde es auch im nächsten Video allerdings erst für dieses Beispiel mit unserem charakteristischen Polynom machen. Damit ist schon mal geklärt, was eine Horowitz-Matrix ist. Was sind jetzt die Hauptminoren einer Matrix? Das ist unabhängig von der Horowitz-Matrix. Hauptminoren können Sie für jede Matrix bilden. Das ist ein Begriff aus der linearen Algebra, aus der Matrixrechnung. Die Hauptminoren entstehen dadurch, Sie sehen, das ist ja der K der Hauptminor, indem ich die Zeilen hier rechts und nach unten streiche. Also bei h1 hätte ich nur einen einzigen Eintrag für diesen Hauptminor a n-1 und alle anderen Spalten und Zeilen würde ich streichen. Bei k2 nehme ich die 2x2 Untermatrix hier und streiche die restlichen n-2 Spalten und Zeilen und dann berechne ich von dieser 2x2-Matrix die Determinante und das wäre der sogenannte Hauptminor. Bei a3 würde ich genauso, h3 würde ich genauso verfahren. Ich nehme die 3x3-Untermatrix, die hier sozusagen oben links steht, streiche den Rest weg, das wäre in meinem Beispiel nur mit dem Polynom vierten Grades wäre das eine Spalte und eine Zeile, die ich noch wegstreichen müsste und berechne von dieser Matrix wieder die Determinante. Nur bei h1 müssen Sie auch eine Determinante berechnen, aber die ist gerade durch den Koeffizienten selbst gegeben. Okay, und da sagt Horwitz, prüfe die Hauptminoren nach und wenn alle Hauptminoren positiv sind, dann ist das gleichwertig zu der Aussage, die Realteile aller Wurzeln sind negativ. Nun ist das mit den Hauptminoren vielleicht auch noch ein bisschen viel Handwerk, ein bisschen viel Determinanten ausrechnen und die Frage ist, geht das auch noch ein bisschen mit ein bisschen weniger Aufwand und Lienhardt und Schippert haben es erreicht, dieses Ergebnis von Mino von Horwitz noch ein kleines bisschen zu verbessern, noch ein bisschen eleganter zu formulieren. Die haben gesagt, eigentlich reicht es aus, wenn du nur jeden zweiten Hauptminor überprüfst, H1, H3 und so weiter positiv, wenn du auch noch jeden zweiten Koeffizienten überprüfst. Da steckt also ein bisschen wieder beim Linear H-Igebra dahinter und ein bisschen sozusagen Ergebnisoptimierung. Ein bisschen Mathematiker sind ja an der Stelle faule Leute, ein bisschen weniger Rechenaufwand. Ich muss nun jeden zweiten Hauptminor überprüfen, nämlich nur die ungeraden Hauptminoren und die geraden Koeffizienten des charakteristischen Polynons. Und wenn die alle positiv sind, dann sind die Realteile aller Wurzeln negativ. Das ist gleichwertig. Das ist eine Äquivalenz. Ja, und in unserem Fall habe ich noch eine gute Nachricht. Wir können uns die Arbeit noch ein bisschen leichter machen. Warum? Wir haben einen Parameter. Einen Parameter, von denen hängen diese ganzen Koeffizienten hier ab und damit natürlich auch die Hauptminoren. Einen ganz entscheidenden Parameter bei uns und das ist die dimensionslose Drehgeschwindigkeit. Denn wir können uns doch sehr sicher sein. Wenn wir uns mal so einen Hochlauf anschauen und wir haben eine ganz niedrige Drehgeschwindigkeit des Rotors, na, dann werden wir doch nichts zu befürchten haben. Sondern wir haben es auch gesehen, wie sich die statische Ruhelage entwickelt, also dass die so mit 90 Grad dann in die Selbstzentrierung reinläuft. Und da habe ich schon gesagt, oh, da könnte was passieren, da könnte ein Stabilitätsproblem dauern. aber für sehr, sehr kleine Drehgeschwindigkeiten wird auch noch keine Stabilität auftreten. Und diese ganzen Parameter hängen stetig von der Drehgeschwindigkeit ab. Das heißt, wir haben eine stetige Abhängigkeit eines Koeffizienten oder der Koeffizienten des charakteristischen Polynoms von einem Parameter in dem System und das ist die Drehgeschwindigkeit des Rotors die dimensionslose Drehgeschwindigkeit. Und dann gibt es für und wir wissen, für kleine Werte dieses Parameters haben wir asymptotische Stabilität. Dann gibt es zwei Wege, physikalische Wege, um Stabilität zu verlieren, wenn dieser Parameter angehoben wird, wenn der ansteigt. Der eine ist dann, wenn Sie sich das Kriterium von Dienhardt und Schippert anschauen, das A0 ist schuld. Also der kleinste Koeffizient vor der niedrigsten Potenz und vor der Nullten Potenz ist schuld. Der wird negativ, dadurch wird dann natürlich hier das Gleichheit oder Äquivalenz heißt, wir können dann nicht mehr nur negative Wurzeln haben, es wird eine Wurzel positiv und diese Wurzel ist eine rein reelle Wurzel. Das heißt, die hat keinen, wenn man dann in dem Grenzzustand wird, sind wo die Wurzel noch nicht positiv ist, sondern Null, hat die einen verschwindenden Imaginärteil, die ist also wirklich rein Null. Wenn die einen verschwindenden Imaginärteil hat, dann kann da auch nichts schwingen irgendwie, sondern dann haben wir eine sogenannte monotone Instabilität Instabilität und das nennt eine Divergenz. heißt, die Lösung saust ab gegen unendlich, also wird Instabilität entfernt, entfernt sich immer weiter von der Referenzlösung, ohne dabei zu schwingen. Also exponentiell ansteigt sozusagen. Und der zweite Fall ist dann offenbar der Fall, wo wir es eben nicht mit dieser rein reellen Wurzel zu tun haben, sondern wenn die auch noch ein Imaginärteil hat und die konnte man zuweisen dem Hauptminor h n minus 1, das wäre in unserem Fall dem h3. Also wenn der Hauptminor h3 bei uns oder h n minus 1 negativ wird, der größtmögliche hier, dann wird der Realteil eines konjugiert komplexen Wurzelpaares, die treten ja immer schön pärchenweise auf, konjugiert komplex, wenn sie einen Imaginärteil haben, da wird der Realteil dann positiv, das heißt irgendwann an der Stabilitätsgrenze ist ja dann auch mal 0, dann haben wir schon die asymptotische Stabilität hier verloren und die Lösung fängt dann aber an zu schwingen, also im Phasendiagramm zu drehen mit gleichem Abstand um die Referenzlösung. Das wäre also eine sogenannte oszillatorische Instabilität und die wird auch als Flattern bezeichnet, also zu einer Flatter-Schwingung sagt man dann, also wie so ein Flügel, der dann anfängt rumzuflattern. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht denn das bei uns aus mit dem Rotor-Entgleitlager und wir drehen die Drehgeschwindigkeit hoch? Haben wir es dann mit einer monotonen Instabilität zu tun oder tritt eine oszillatorische Instabilität und ein Flattern auf, von dem wir ja noch diese Flatter-Schwingungen sozusagen untersuchen und charakterisieren können? Wie sieht das aus? Diese Antwort gebe ich Ihnen im nächsten Video. Bleiben Sie dran. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.